. Süßen. Hi Joko, hallo Klaas. Ich hab euch beim letzten Mal ja schon so fertig gemacht, in eurer eigenen Show. Und dann dachte ich mir, ich überleg mir mal was, ein Spiel für euch. Und zwar, ich sag nicht wer, aber ich find, dass einer von euch immer so blöde guckt und der andere sollte öfter mal seine Klappe halten. Und darüber handelt auch das nächste Spiel. Ich wünsche euch wenig Erfolg und viel Spaß beim Scheitern. Euer Agu. Ich hab euch lieb. Ein bisschen zumindest. Ciao, ciao. Fährt er eigentlich jetzt den ganzen Tag in diese Achterbahn immer hin und her? Denk mal, das ist so sein normales Freizeitleben. Sein normales Freizeitleben. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, der wohnt in der Achterbahn. Deswegen die Skibrille. Ich kann euch jetzt schon mal beruhigen, die Aufgaben im nächsten Spiel werden einfach. Sehr einfach, aber es gibt natürlich wie immer einen Haken. Und zwar habe ich hier ein paar Utensilien. Einmal eine Blindbrille und einmal einen Knebel und ein bisschen Klebeband. Das heißt, einer von euch kann gleich nicht sehen und der andere kann von euch beiden gleich nicht sprechen. Die Aufgaben übermittel ich dann immer schriftlich, die ihr lösen sollt und müsst. Wer möchte denn nicht sprechen können und wer möchte nicht sehen können? Er übermittelt die schriftlich. Das ist für uns beide blöd dann. Ja, das ist richtig dämlich, weil ich sehe sie nicht, wenn ich das Ding aufziehe und du kannst sie mir nicht sagen. Das ist das Spiel. Ich würde das aufsetzen, wenn es okay ist. Ja gut, dann lass ich mit dem Mund verbieten. Ja? Du musst ihn aber selber zukleben. Wie zukleben? Ja, zukleben, so ein Klebeband. Kann ich das nicht, wenn er einfach nicht redet? Hast du jetzt privat diesen Kleber mitgebracht? Ja, extra und eine Schere. Du bist ein perverses Schwein. Ja, das stimmt. Okay, setz das auf. Nee, du bist ein perverses Schwein mit der Maske. Das sieht eklig aus. Das ist ein Sushi der Gefühle. Gut. Joko kann nicht reden, Klaas kann nichts sehen. Ich habe fünf Aufgaben für euch und ihr habt insgesamt ein Zeitkontingent von zehn Minuten. Ihr müsst alle Aufgaben innerhalb dieser zehn Minuten lösen. Runde eins. Hier sind die ... Achso stimmt, er kann ja gar nicht sehen. Habe ich gerade vergessen. Ich zeig dir die erste Aufgabe. Und ihr könnt übrigens immer nach den Aufgaben wechseln, wenn ihr wollt. Also wenn du mal was sagen willst. Hier ist die erste Aufgabe. Zeit läuft. Du kannst reden, Klaas, du kannst auch Fragen stellen. Was soll ich machen? Wirst du aufstehen? Mhm. Und das Bein nehmen? Mhm. Was soll denn der Scheiß? Mhm. 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 Und jetzt? Mhm. Mhm. Bad? Mhm. Mhm. Ich habe hier überhaupt nichts. Was soll ich machen? Mhm. 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 Hat er die Aufgabe nicht gecheckt? Nein, hat er nicht. Ja? Cool. Mhm. 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 Ba. Sehr gut, geschafft, Zeit haben wir angehalten, 8 Minuten 22 habt ihr noch, Klaas und Joko wollt ihr so bleiben, also du nicht reden, du nicht drehen, gut, wir kommen zur Runde Nummer 2 und dafür brauche ich etwas, Brille aufsetzen, Runde 2, ist hier irgendwo diese Kamera, ja, also ich stehe jetzt hier und soll ich mir den Ball werfen, wo soll ich ihn hinwerfen, geradeaus, also von mir weg soll ich ihn werfen und du musst ihn fangen und wo stehst du ungefähr, 3 Meter vor mir Sagst du ja, wo stehst du, mach mal ein Geräusch So, hat, ja, ich soll schießen, was, auf einem Bein stehen Was, ja, werfen, ich soll springen und werfen Ich soll das Bein, auf einem Bein stehen und werfen Ich soll laufen und werfen Was soll ich mit meinem Bein machen, soll ich irgendwas mit dem Bein machen Okay, also soll ich einfach nur werfen Wohin soll ich werfen, zu dir Und du stehst 3 Meter vor mir Warum hast du mir gerade am Bein rumgefummelt Ja, das kann man jetzt nicht mehr erklären, okay War das wichtig, muss ich das wissen Okay, ich werfe jetzt einfach und du fängst, okay Ja Hab ich daneben geworfen Dann gib mir den nochmal wieder Und jetzt, wo soll ich, soll ich weiter nach links werfen von mir aus Muss du besser fangen Soll ich jetzt einfach werfen, wie gerade Ruhe, in der Zeit, Ruhe Ich soll weiter werfen Ja Noch weiter Muss ich irgendwas treffen Ich werfe jetzt einfach doller, ja Ja, ja Was, wir haben nur applaudiert, war alles richtig Jetzt muss ich den Ball wiederfinden Ja, und jetzt Gib mir den Ball Ich fang den Ball jetzt Willst du den hier einfach rein Wie Sternthaler Nicht jeden Kopf Aber du siehst doch 5 Minuten 30 Achso, jetzt wieder ich zu dir, du zu mir Einen richtigen Ball wechseln Ah ja, okay, pass auf Geschafft Zeit haben wir angehalten Ich hab noch 5 Minuten 14 Zeit Bleibt ihr so? Ihr bleibt so Gut, Runde 3 Geht mal her Brille wieder auf Ich hol das nächste Spielzeug Und ich zeig sie dir Ready Und hier Okay Wir haben hier Das ist ein Luftballon Ein sehr Ne, was ist das denn? Was ist das denn? Ach so ein komisches So ein Fitnessband hier Ja, was soll ich damit machen? Ich soll mich hier hinstellen Soll das festhalten? Ja? Mit einer Hand? Okay Ich halte es mit einer Hand fest Du hältst die andere Seite fest Wir ziehen das jetzt ganz weit Ich halte es ganz doll fest Ja, ja Und ich soll es flipschen Was? Ich halte es fest Du hältst es fest Und ich lass es los Ja Wir lassen es beide los Ich halte es ganz doll fest 4 Minuten 30 Ja Du machst so Und ich halte es doll fest Ja, mach doch Wenn du ziehst das ganz doll Dann lass ich los Ich halte es fest Warum bin ich so fröhlich? Ich bin so fröhlich Hä? Was? Check ich nicht Wir halten es jetzt fest Und dann lässt du es gleich los Was? Jetzt machen wir das nochmal andersrum Was? Soll ich hinter dir herlaufen? Ja, diese komische Ente da Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich So fröhlich Warum bin ich so fröhlich? Ich weiß nicht wie das Lied weitergeht Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? Ich bin so fröhlich Gleichzeitig loslassen? Eure Zeit läuft ab, 2.45 habt ihr noch. Ich will das nicht mehr machen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Sehr gut! Schön gesungen, schön schwitzen lassen, drei Runden geschafft. Joko kann ich sprechen, Klaas kann ich sehen. Sie müssen fünf Runden schaffen. Drei haben sie geschafft innerhalb von zehn Minuten. Ihr habt noch zwei Minuten 34 Sekunden. Ich übermittel die Aufgaben immer schriftlich. Ihr bleibt so, weil das so gut funktioniert. Wir kommen zur Runde Nummer vier. Klaas. Ready? Ja. Gut. So sieht sie aus und Zeit startet, wenn du ... Hm? Hm? Also Joko wollte sagen, das ist unverhältnismäßig. Und los geht's! Nochmal von vorne. Hm? Äh, ne. Nochmal von vorne bitte, sorry. Ja? I? I? Nein? I? 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 Eine Eins? I? Eine U? Also Zehn? I? Was? Nochmal? Zwei Minuten noch. Eine Fünf? I? I? 105? Super. Die Lösung direkt aufgeschrieben. Sehr gut gemacht. Ihr habt noch etwas unter zwei Minuten Zeit. Wir kommen zur letzten und fünften Runde. Wenn ihr die schafft, gibt's einen weiteren Vorteil. Und hier ist sie. Hm. 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 Den rechten Arm nicht ganz so hoch, bitte. Hm. 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 Also ich steh hier, ja? Hm. 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 Ich höre gerade nicht. So. Aufpassen. Hm. 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 Soll ich mir was nehmen? Hm. Hm. Wo ist es? Hm. 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 Wo ist er? Oh, die letzten 50 Sekunden. Hm. 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 Und ich bin ja auch ein bisschen froh, dass ihr jetzt widersprechen und sehen könnt. Ich war so ein bisschen einsam hier. Keine hatten wir widersprochen. Ihr könnt mir jetzt ganz viel widersprechen, wenn ihr wollt. Keinen Bock mehr, machen wir weiter. Jetzt wird's böse. Wir gucken uns die Grafik an und sehen, was ihr da geleistet habt. Vier Vorteile. Wenn ihr sagt, ja, das war schon nicht schlecht, aber wir hätten das gerne mal in langen. Eine ganze Folge zum Beispiel. Dann könnt ihr die auf Join gucken und den Link, den gibt es in der... Beschreibung? Ja. Ich wusste nicht, dass ihr noch mit mir redet.